Jupp Heynckes lässt sein Karriereende offen. Der 68-Jährige will nach der erfolgreichsten Saison der Münchner Vereinsgeschichte Urlaub machen und sich zurückziehen, schließt die Rückkehr auf einen Trainerstuhl aber nicht aus. Die Gerüchte um einen Trainerjob bei Real Madrid zur neuen Saison haben sich damit zerschlagen. Bei den Bayern verabschiedet sich Heynckes mit dem Triple aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League.